Wie geht es jetzt weiter? Welche Zukunft hat Bitcoin? Gibt es eine zweite Chance für Bitcoin-Anleger? Im heutigen Online-Seminar wollen wir Antworten auf diese Fragen geben und Mythen, Halbwahrheiten, Hoffnungen und Ängste rund um Bitcoin endlich richtig einordnen. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Finanznet-Webinar. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Ihr Moderator und ich freue mich, dass Sie mehr über Bitcoin erfahren wollen, der nach wie vor polarisiert. Für die einen ist Bitcoin die Währung der Zukunft, für die anderen nicht mehr als eine riesige Blase. Die Idee hinter Bitcoin ist besonders spannend und zukunftsweisend, sagt Dr. Cyrus de la Rubia. Er ist Devisenexperte und Chefvolkswirt der HSA Nordbank. Und in diesem Bitcoin-Webinar unser Gast. Herr de la Rubia, willkommen bei Finanznet. Willkommen zu diesem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Webinar. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, hier dieses Thema präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Cyrus de la Rubia. Ich bin Chefvolkswirt von der HSA Nordbank und beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit mit Bitcoin, weil es technologisch den Grundstein für eine neue Dimension im Internet legen kann. Das klingt sehr spannend und wir sind wirklich auf Ihre Ausführungen sehr gespannt. Herr de la Rubia, ich hatte es eben schon gesagt, Sie sind Chefvolkswirt der HSA Nordbank und Devisenexperte. Was müssen unsere Zuschauer noch über Sie wissen? Können Sie sich ganz kurz vorstellen? Und noch eine wichtige Frage, die Sie direkt mit beantworten können. Warum ist denn genau jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Bitcoin-Webinar? Ja. Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Finanzmarktgeschäft tätig, habe seit 2005 bin ich bei der HSA Nordbank, seit 2012 Chefvolkswirt dort und habe mit vielen internationalen Kunden zu tun, die im Übrigen auch an Bitcoin und Kryptowährungen auch interessiert sind. Und insofern ist das natürlich für mich auch ein Ansporn, mich damit intensiver auseinanderzusetzen und dort einen Durchblick zu bekommen und diesen Durchblick auch gerne zu vermitteln. Ja, warum gerade jetzt? Eine gute Frage. Tatsache ist, dass Bitcoin auch nach neun Jahren immer noch existiert, obwohl es schon mehrfach totgesagt wurde. Es ist die erste Kryptowährung. Sie hat einen gewissen Benchmarkstand erhalten vom Sicherheitsstatus her. Alle anderen Kryptowährungen werden an dem Sicherheitsstandard von Bitcoin gemessen. Und wenn man verstanden hat, wie Bitcoin funktioniert, dann kann man auch beurteilen, wie gut oder schlecht andere Kryptowährungen sind, wie sicher oder unsicher andere Kryptowährungen sind. Tatsache ist, dass Bitcoin heute immer noch deutlich höher notiert, als das vor, sagen wir, fünf Jahren der Fall war, sodass also offensichtlich eine fundamentale Nachfrage nach Bitcoin auch weiterhin vorhanden ist. Und insofern sehe ich hier weiterhin große Relevanz für dieses Thema, was uns, glaube ich, auch in den nächsten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten beschäftigen wird. Herr Della Rubia, zunächst mal vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, den wir mit Ist das Geld oder Kann das Weg überschrieben haben. Auch diese Frage werden Sie beantworten in Ihrem Vortrag. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich Sie, verehrte Webinar-Teilnehmer, zunächst wie immer auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion jederzeit kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich eventuell direkt aufgreifen und an unseren Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir aber in einer Fragerunde auf jeden Fall gemeinsam noch offene Fragen klären. Und nun wollen wir mit einer kleinen Umfrage uns dem Thema langsam annähern. Gerne würde ich von Ihnen, liebe Zuschauer, wissen, ob Sie derzeit in Bitcoin investiert sind. Ich lege Ihnen die Umfrage nun mal direkt auf den Bildschirm und Sie können mit abstimmen. Dafür bedanke ich mich jetzt schon. Ihre Antwortmöglichkeiten sind ganz einfach, nämlich Ja oder Nein. Um die Frage mit Ja zu beantworten, ist es übrigens egal, ob Sie echte Bitcoins an einer Kryptobörse gekauft haben, beziehungsweise ob Sie echte Bitcoins derzeit auf einem Wallet gespeichert haben, oder ob Sie mittels CFDs oder Zertifikaten an der Entwicklung von Bitcoin profitieren. Wichtig ist nur, wenn Sie mit Ja antworten, dass Sie derzeit in Bitcoin investiert sind. Also es geht nicht darum, ob Sie vor mehreren Monaten mal kurz Bitcoin besessen haben, sondern ob Sie tatsächlich jetzt noch Bitcoin besitzen. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, was bei dieser Umfrage herauskommt, die ich nun auch schon wieder schließen werde. Wir haben die Umfrage fast eine Minute stehen gehabt und es haben fast drei Viertel der Webinar-Teilnehmer mit abgestimmt. Und das Ergebnis der Umfrage werde ich nun Ihnen allen sichtbar machen. Auch Herr Della Rubia, Sie können nun auch das Ergebnis sehen. Fast zwei Drittel unserer Webinar-Teilnehmer besitzen keine Bitcoins, beziehungsweise sind nicht in Bitcoins investiert, aber mehr als ein Drittel schon. Also ich finde das sehr spannend, diese Antwort. Und auch unsere Gruppe an Webinar-Teilnehmern ist sehr spannend, wie ich finde. Was sagen Sie dazu, Herr Della Rubia? Ja, das ist ein interessantes Ergebnis, weil ich hätte eigentlich das umgekehrte Verhältnis erwartet. Aber es zeigt, dass für mich, so interpretiere ich das, dass viele Teilnehmer auch entweder überlegen, jetzt vielleicht mit Bitcoin etwas zu machen. Das muss ja auch gar nicht investieren sein. Das kann ja auch tatsächlich die Idee sein, damit tatsächlich Transaktionen durchzuführen. Oder eben einfach es reizvoll finden, die Technik hinter dieser zukunftsweisenden Technologie auch zu verstehen. Und ich hoffe, dass ich den Erwartungen der meisten Teilnehmer hier auch gerecht werden kann. Oder viele haben natürlich auch vielleicht mit Nein geantwortet, weil sie derzeit keinen Bitcoin besitzen, aber vielleicht schon mal Besitzer von Bitcoins waren. Oder jetzt auf möglicherweise eine zweite Chance für ein Investment warten. Wer weiß. Sie, Herr Della Rubia, werden uns jetzt gleich darüber aufklären, ob es denn eine zweite Chance gibt, beziehungsweise was denn Bitcoin überhaupt zukunftsweisend und nach wie vor spannend macht. Ich würde Sie gerne mal zum Moderator ernennen. Dann können Sie uns Ihren Bildschirm übertragen. Sie müssen nun ein Fenster bei Ihnen sehen. Da können Sie einfach auf OK drücken und dann werden wir alle Ihren Bildschirm sehen. Das klappt wunderbar. Vollbild haben wir auch. Dann wünsche ich Ihnen, verehrte Zuschauer, viel Spaß mit Dr. Cyrus Della Rubia und seinen Ausführungen zu Bitcoin. Sie dürfen gerne übernehmen, Herr Della Rubia. Ja, vielen Dank, Herr Genda. Ja, Bitcoin, da drehen sich meistens die Ängste und Hoffnungen um den Preis. Da gibt es die gewagtesten Preisprognosen. 500.000 Dollar im Jahr 2030. Das ist eine dieser sehr gewagten Prognosen, mit denen man auf jeden Fall in die Schlagzeilen gelangt ist. Und es gibt natürlich auch die größten Schwarzseher, die sagen, das alles ist ein großes Betrugsschema und ist nicht zukunftsträchtig. Und dann gibt es auch die Menschen, bei denen es gar nicht so sehr um die Frage geht, ob sie mit Bitcoin reich werden, sondern ob sie mithilfe von Bitcoin ihr Vermögen vielleicht retten können. Bleiben wir noch kurz bei der Frage, ob es sich um eine Preisblase handelt oder nicht. Ich glaube, dass ein relativ breiter Konsens, um jetzt eine Preisblase zu definieren, darüber besteht, dass es eine Internetblase gab, die sich im Jahr 2000 bis zum Jahr 2000 aufgebaut hat, insbesondere an der Börse Nasdaq, wo ja die Technologiewerte und Internetunternehmen versammelt sind. Und wenn man sich das mal anschaut und das dann wiederum ins Verhältnis setzt zu der Entwicklung von Bitcoin, dann kann man sehen, da hat sich was aufgebaut im Bitcoin-Bereich, was schon epische Ausmaße sozusagen hat und deutlich ausgeprägter ist, als das bei der Nasdaq der Fall war. Jetzt schauen wir uns an, wie es weitergeht. Ja, da könnte man auch sagen, da ist natürlich noch Luft nach unten bei Bitcoin. Was auf jeden Fall feststeht, ist, ja, wir haben es wahrscheinlich mit der Preisblase zu tun, aber, und das ist wichtig, es bedeutet nicht automatisch, dass das unterliegende Asset keinen Nutzen hat. Die Internetblase ist ja das beste Beispiel dafür, dass das unterliegende Asset, also die Werte, die dort auch gehandelt wurden, keineswegs alle keinen Nutzen hatten, sondern da haben sich ja einige sehr stark durchgesetzt. Bitcoin ist also wesentlich mehr als ein Spekulationsobjekt und um sich eine Meinung dazu zu bilden, ob Bitcoin auch noch in 10 oder 20 Jahren da sein wird, ist es notwendig zu verstehen, wie Bitcoin grundsätzlich funktioniert und darum soll es vor allem in diesem Webinar gehen. Was also ist Bitcoin und wie funktioniert es? Gehen wir mal ein paar Leitsätze sozusagen durch. Definition Bitcoin. Bitcoin ist eine Sammlung von Konzepten und Technologien, die ein Ökosystem für digitales Geld bilden. Also digitales Geld, das ist hier das wichtige Schlagwort. Schlagwort, bei Bitcoin ist das direkte Verschicken von Geld über das Internet möglich. Das war bisher nicht möglich. Und auch ganz wichtig, wir brauchen dafür keine Mittelsmänner. Also wir brauchen dafür keine Finanzinstitute, die dieses direkte Verschicken ermöglichen. Und schließlich, hinter Bitcoin steht nicht eine Institution, nicht eine zentrale Institution, sondern ein dezentrales Netzwerk. Also Bitcoin löst im Prinzip ein Problem, das mindestens so alt ist wie das Internet. Denn was man bisher gehabt hat, man konnte zwar alle möglichen Daten über das Internet von einer Person an die nächste direkt verschicken, nicht aber Geld. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, wieso? Oh, es gibt doch genug Möglichkeiten, Geld zu verschicken. Das läuft über Kreditkartenzahlung, Banküberweisung, Paypal und so weiter. Ja, aber in diesen Fällen haben Sie stets jemanden dazwischen geschaltet. Das sind eben Kreditinstitute, die dazwischen geschaltet sind. Direkte Peer-to-Peer-Überweisungen sind gar nicht möglich. Zumindest in dieser alten Welt nicht. Eine Bank, ein Finanzinstitut, ein Fintech, stets ist jemand Zwischenzahler, und dem Empfänger einer Zahlung. Mit Bitcoin aber gibt es diese Mittelsmänner nicht. Sie können also direkt von einer elektronischen Geldbörse, dem sogenannten Wallet, einen bestimmten Betrag an Bitcoin an eine andere Geldbörse, beziehungsweise Wallet, eines anderen Menschen überweisen. Jetzt fragt man sich, warum war das eigentlich bislang nicht möglich? Wenn ich eine digitale Währung in Form von digitalen Daten definiere, und das hat man in den 90er Jahren auch durchaus probiert, diese Ansätze, dann laufe ich stets die Gefahr, dass diese Daten gefälscht werden können, so als ob ich Geld imitiere, das ich mit einem einfachen Kopierer nachmachen kann. Die Erfolgsaussichten für ein derartiges Geld, das können Sie sich vorstellen, sind gleich null. Die Frage ist also, was macht Bitcoin anders? Bitcoin macht fast alles anders. Und an dieser Stelle muss ich Sie vielleicht etwas warnen, denn jetzt wird es für einige Minuten etwas technisch, sag ich mal. Nicht, dass man es nicht verstehen könnte, aber leichte Kost ist es auch nicht. Gehen wir mal da mal rein, und zwar bei Bitcoin wird jede Transaktion, und das ist eben was Besonderes. Jede Überweisung von einer Bitcoin-Adresse an die andere wird aufgezeichnet. Die erste Zahlung erfolgte im Jahr 2009. Damals hat der Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, die ersten 50 Bitcoins geschaffen und an eine andere Adresse, die er vermutlich für einen Freund oder Bekannten geschaffen hat, einen Teil dieser Bitcoins überwiesen. Und von dort aus hat es sich dann ausgebreitet. Diese ersten Transaktionen, die wurden im sogenannten Genesis-Block gesammelt. Warum dieser Name Genesis-Block? Das ist in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte in der Bibel, die im ersten Buch Moses beziehungsweise eben im Genesis-Buch steht, hat also nichts mit der Musikgruppe Genesis oder Phil Collins zu tun. So, jede Transaktion, die mit Bitcoin durchgeführt wird, wird jetzt zunächst verifiziert, verifiziert, dann in einen Block gesammelt und anschließend wird der Block versiegelt. Und es wird dann ein neuer Block an diesen Block angefügt, in dem erneut Transaktionen gesammelt werden. Also kann man sich das hier so ganz schematisiert vorstellen, da kommen neue Blöcke hinzu und da sind in jedem Block sind etwa 1000 bis 2000, manchmal auch 2500 Transaktionen versammelt. Ich habe gesagt, jede Transaktion wird verifiziert, also auf ihre Konsistenz letztendlich überprüft. Das heißt, derjenige, der die Bitcoin überwiesen hat, muss tatsächlich auch über genügend Bitcoin verfügen, um diese Überweisung zu tätigen. Vereinfacht gesagt kann man auch sagen, im Bitcoin-System kann man nicht sein Konto überziehen. Wenn man die Bitcoin nicht besitzt oder sie schon anderweitig ausgegeben hat und versucht sie doppelt auszugeben, dann wird diese Transaktion vom Netzwerk abgelehnt und fließt eben nicht in den Block mit ein. Jetzt ist die Frage, wie überprüfe ich, ob die Zahlung konsistent ist, ob da diese Bitcoin überhaupt überwiesen werden dürfen. Nun, ich gehe als derjenige, der das überprüft, alle Transaktionen, tatsächlich alle Transaktionen oder die Software geht das durch, vom Genesis-Block, also vom ersten Block starten bis heute durch und kann dann daraus ableiten, aus den Salden, wie viel Bitcoins bei der Adresse XY sein müsste. So, das kann man jetzt hier fortsetzen. Das ist eine schematisierte Blockchain, die natürlich auch viel kürzer ist als die in der Realität. In der Realität gibt es 530.324 Blöcke und es werden täglich mehr. Das hier ist ein Datum vom 3. Juli. Da waren es 530.324 Blöcke. Und jeder Block hängt mit dem anderen zusammen und diese Kette kann zumindest nicht ohne weiteres aufgebrochen werden. So, jetzt schauen wir uns mal etwas näher die Blöcke an und vergrößern das etwas. und gehen mal die einzelnen Schritte durch, wie so eine Transaktion letztendlich überprüft wird. Der nächste Schritt wäre... dürfte ich vielleicht einmal kurz dazwischengrätschen? Wir haben eben diese ganz lange Schlange der Blockchain gesehen oder diese lange Kette. Wir haben passend dazu eine Frage aus dem Plenum, nämlich, kann die Blockchain unendlich lang werden durch die Ansammlung von Transaktionen? Gibt es ein Limit und wirkt sich die Länge der Blockchain vielleicht auf die Geschwindigkeit der Transaktionen aus? Können Sie uns dazu vielleicht etwas sagen? Also, unendlich lang... Ja, wenn die Welt ist... Wenn es die Welt unendlich gibt, dann kann die Blockchain auch unendlich lang werden. Das ist eine philosophische Frage. Alle zehn Minuten... Alle... Genau, das wird schon fast philosophisch. Alle zehn Minuten wird ein neuer Block angefügt. Und es ist es so, dass... Dazu komme ich gleich nochmal genauer auch hin, dass die sogenannten Miner werden mit Bitcoin belohnt, wenn sie einen solchen Block versiegeln und schürfen. Diese Belohnung allerdings wird im Jahr 2140 auf Null sinken. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch weitere Blocks geben wird, weil dann nämlich die Miner mit Transaktionsgebühren entlohnt werden und auch weiterhin einen Anreiz haben werden, Blöcke zu schürfen. Insofern, das geht erstmal so weiter... Das geht so lange weiter, solange Nachfrage nach Bitcoin-Transaktionen da ist. Also, im Prinzip könnte man fast sagen, unendlich. Jetzt noch die Frage nach der Geschwindigkeit. Genau, was nicht unendlich ist, vielleicht hat der Zuhörer das auch im Kopf, ist die Anzahl der Bitcoins. Die Anzahl der Bitcoins ist im Jahr 2140, das sind dann 21 Millionen Bitcoins, die grundsätzlich theoretisch im Umlauf sein können, abzüglich derer, die in der Zwischenzeit im Nirvana irgendwo gelandet sind. Und da ist eine Grenze. Diese Anzahl der Bitcoins wird da nicht weiter erhöht, weil eben keine neuen Bitcoins geschaffen werden. Da hätte ich jetzt... Da war noch eine zweite Frage. Ja, ganz kurz noch eine Nachfrage dazu zu Ihren Ausführungen. Sie hatten eben gesagt, 21 Millionen, habe ich das richtig verstanden oder meinten Sie 21 Milliarden Bitcoins? Nein, 21 Millionen. 21 Millionen. Okay, dann denke ich in zu großen Dimensionen. Die Frage war noch nach der Geschwindigkeit der Transaktion, ob die Geschwindigkeit darunter leidet, wenn die Blockchain länger wird. Die Geschwindigkeit, das ist, das wird auch in der Community als das Skalierungsproblem diskutiert. Und es ist so, dass die Blockchain auch jetzt schon am Limit sozusagen operiert, weil eben diese 10-Minuten-Restriktion da ist, beziehungsweise weil in jedem Block auch nur 2.000, 2.500 Transaktionen hineinwandern dürfen. Da gibt es Ansätze, dass man außerhalb der Blockchain, Off-Blockchain Transaktionen durchführt. Das nennt sich der Lightning Channel, über den das durchgeführt wird. Da gibt es sehr viel Forschung zu. Das geht auch schon in Ansätzen. Und das würde dieses Skalierungsproblem erheblich reduzieren. Beziehungsweise man könnte erheblich mehr Transaktionen durchführen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir in einigen Jahren auch so weit sind, dass man sich darüber dann keine Gedanken mehr machen muss, dass die Anzahl der Transaktionen begrenzt wäre und dass es die Geschwindigkeit darunter leidet. Vielen Dank, Herr Della Rubia, für diese kurze Beantwortung der Fragen. Liebe Webinar-Teilnehmer, ich sehe, Sie schreiben fleißig weiter Fragen. Ich würde diese jetzt mal zurückstellen für die Fragerunde oder zumindest für einen späteren Zeitpunkt des Webinars. Vielleicht wird Herr Della Rubia in seinem Vortrag diese Fragen auch noch beantworten. Herr Della Rubia, vielleicht fahren Sie einfach fort und wir schauen, ob die Fragen der Webinar-Teilnehmer sich dann erledigt haben. Genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass mit der Erklärung, wie diese Überprüfungsverfahren läuft, dass ich jetzt gleich erklären will, dass da auch sich einige Fragen tatsächlich dann auch damit beantwortet werden. Fangen wir also mal schrittweise an und vergrößern diese Blockchain und in einem ersten Schritt werden mehrere tausend beziehungsweise 2000, 2500 Transaktionen in diesen Block gesammelt. Und zu diesen Transaktionen gehöre beispielsweise auch eine Transaktion in der ein Bitcoin von Alice an Bob überwiesen wird. Also vom Wallet von Alice an das Wallet von Bob. Das ist hier das rote Quadrat. So, wie passiert das, dass dieser Bitcoin überwiesen wird? Gut, ganz praktisch gesehen kann das im Prinzip jeder machen, der ein Wallet beispielsweise auf seinem Smartphone besitzt. In diesem Fall ist das also Alice, die an die Adresse von Bob einen Bitcoin überweist. Diese Adresse ist eine öffentliche Adresse, so etwas wie eine IBAN. Allerdings muss Alice die Transaktion noch mit einem privaten Schlüssel signieren und das ist am ehest vergleichbar mit einer PIN-Nummer. Und mit dieser Signatur ist das Netzwerk darüber informiert, dass die Transaktion tatsächlich auch von Alice gedemmigt wurde. So, diese Transaktion, die breitet sich im Bitcoin-Netzwerk in der Blockchain in Sekundenschnelle aus, wird im Netz propagiert und die angeschlossene Netzwerkknoten sehen, diese Transaktion. Diese Transaktion ist allerdings noch nicht bestätigt, wird aber schon in einem Block aufgenommen. Man kann im Übrigen im Netz beobachten, welche Transaktionen gerade auf eine Bestätigung warten, beziehungsweise welche Transaktionen gerade getätigt wurden. gehen wir zurück zu dem Ausschnitt der Blockchain. Wenn der Block jetzt mit konsistenten, also validen Transaktionen gefüllt ist, beginnen die sogenannten Miner. Das sind die Unternehmen, die Computer, Server haben mit entsprechender Software gefüttert. Diese Miner beginnen, um die Wette, einen bestimmten Hash-Wert zu generieren, beziehungsweise ein kryptografisches Rätsel zu lösen. Und der erste Miner, der diesen Hash-Wert generiert, erhält eine Belohnung von derzeit 12,5 Bitcoin. Das sind derzeit umgerechnet immerhin 70.000 Euro. Diese Bitcoin werden praktisch aus dem Nichts geschaffen. So, jetzt ist vielleicht nicht jedem klar, was ein Hash-Wert ist. Ein Hash ist eine Folge, und Sie sehen das hier, das wird eine Folge von Buchstaben und Zahlen, und das wird an das Ende dieses Blocks angefügt. Und im Internet können Sie auch sogenannte Hash-Generatoren aufrufen, wo Sie einen Input reingeben, und Sie bekommen einen Hash mit, in diesem Fall der SHA-256 Hash, der bei Bitcoin verwendet wird, von 64 Stellen, eine Folge von Buchstaben und Zahlen von 64 Stellen. So, das ist das Geheimnis dieses Hashes, ganz egal, was ich oben als Input eingebe, hier habe ich eingegeben, Bitcoin ist das Geld oder kann das weg, ich könnte auch Hallo eingeben, ich könnte auch das gesammelte Werk von Otto Walkers eingeben, es würde immer eine 64-stellige Folge von Buchstaben und Zahlen herauskommen. Ich kann das hier nochmal veranschaulichen, ich ergänze diesen Satz einfach mit einem Ausrufezeichen. und Sie sehen, ich gehe davon aus, dass Sie sich den Hash gemerkt haben, nein, ich habe auch nochmal den alten Hash hier noch dazugefügt, Sie sehen, es kommt ein vollkommen neuer Hash heraus und man kann aus dem alten Hash auch nicht ableiten, was denn als Input auch hineingegeben wurde. So, jetzt ist es so, dass die Miner aufgrund des Regelwerks von Bitcoin dazu angehalten sind oder aufgefordert sind, einen bestimmten Hash mit bestimmten Eigenschaften zu finden und dafür müssen Sie praktisch Billionen, Quadrillionen von Möglichkeiten versuchen, um diesen bestimmten Hash-Wert zu finden. Dazu braucht man brutale Kapazitäten, Computerkapazitäten und Rechnerkapazitäten und das ist natürlich auch ein sehr energieintensiver Vorgang und der erste der Miner, die hier erfolgreich sind, der erste der Miner, der hier erfolgreich ist, der bekommt diese Belohnung und trägt diese Information in das Netzwerk der Miner hinein und diese müssen mit einer Mehrheit von 50% die Lösung akzeptieren, dann wird der Block angefügt und der erfolgreiche Miner bekommt diese Belohnung und die anderen Miner fangen an, den nächsten Block zu schürfen. Also wieder einen bestimmten Hash zu finden. So, jetzt geht es also weiter, es werden wieder tausende, 2000 Transaktionen gesammelt in einem Block. So, und jetzt ist hier wichtig, dass der neue Block, der beginnt mit dem Hash des vorangegangenen Blocks. Sie sehen, Sie sehen also hier sind die beiden Hashes identisch und hier findet im Prinzip die Verkettung der einzelnen Blöcke statt und diese Kette kann eben auch nicht mehr gelöst werden. So, jetzt geht es weiter, werden wieder Transaktionen gesammelt und erneut. So, und jetzt wird ja immer behauptet, und da kommen wir zum Kern der Blockchain, dass die Blockchain so sicher ist von Bitcoin, dass die Bitcoin Blockchain so sicher ist. Und das möchte ich kurz anhand einer Transaktion erklären, die hier mit dem braunen Quadrat gekennzeichnet ist. Nehmen wir an, jemand möchte diese Transaktion manipulieren. Das sei gekennzeichnet durch dieses grüne Quadrat. So, das Geheimnis ist, dass jede Veränderung in dem Block den Hashwert verändert. Das heißt, sobald dieses grüne Quadrat auftaucht, verändert sich der Hashwert, der am Ende dieses Blocks steht. Und damit stimmt dieser Hashwert von dem Ende des Blocks nicht mehr mit dem Anfangshash von dem nächsten Block überein. Und das merken die Blockchain-Teilnehmer und lehnen die Manipulation ab. Die grüne Transaktion verschwindet wieder. Es bleibt bei der ursprünglichen Transaktion. Und deswegen spricht man auch davon, dass ein Block jeweils mit einem Hashwert versiegelt wird. Die Aufgabe der Miner ist es also, die Transaktion sicher zu machen. Sie beweisen im Prinzip durch den Aufwand, den sie betreiben, um die richtigen Hash zu finden, dass sie die Transaktion vorher überprüft haben. Also das ist ein wichtiger Punkt. Man muss verstehen, wenn die Miner beim Überprüfen der Transaktion, das ist im Prinzip gar nicht so aufwendig, aber es muss eben gründlich gemacht werden. Wenn die dabei schlurren bzw. nachlässig sind, dann kann es zwar sein, dass ein Miner einen Hash findet, der die gewünschten Bedingungen erfüllt, wenn aber die anderen Miner feststellen, dass eine der Transaktionen nicht valide ist, die in diesem Block ist, dann werden sie diesen Block nicht akzeptieren und der ganze Aufwand, den der Miner und das ist im Grund genommen das Grundprinzip des Proof of Work. Man beweist die Validität der Transaktion durch Arbeit bzw. durch Computer Kapazität, durch den Kauf von Hardware und den Energieausgaben, die man damit hat. Wenn dieser Block versiegelt ist, dann wird dieser neue Block im Netzwerk propagiert und dieses Netzwerk kann man sich schematisiert so vorstellen und die Miner die aktualisieren jetzt die Blockchain und jeder hat dann in diesem Netzwerk nach wenigen Sekunden die identische Blockchain auf seinem Server. Lassen Sie mich jetzt kurz zusammenfassen, was ich bisher dargestellt habe. Vorher gehen wir noch kurz auf dieses Bild ein. Das ist sozusagen ein Bild, wo die Struktur der Miner dargestellt wird. Es gibt verschiedene Mining Pools und einige Beobachter kritisieren, dass die Konzentration der Mining Pools relativ hoch ist. Sicher ist es so, dass einige Mining Pools relativ hohe Anteile, Marktanteile haben, aber es ist auch so, dass an diesen Mining Pools unterschiedliche Anleger beteiligt sind und insofern das nicht alles in der Hand eines Besitzer ist. Aber lassen Sie mich jetzt mal kurz im Zwischenfazit und eine Zusammenfassung zusammenfassen, was bisher sozusagen ich zu Bitcoin gesagt habe. Also Bitcoin ist ein verteiltes Peer-to-Peer-System ohne zentralen Server- oder Kontrollpunkt. Bitcoins werden in einem als Mining bezeichneten Prozess erzeugt, bei dem die sogenannten Miner danach streben, als erster die Lösung für ein kryptografisches Rätsel zu finden. Dafür sammeln die Miner 1000 bis 2000 oder auch 2500 Bitcoin Transaktionen in einem Block und verifizieren diese um den Block als verifiziert und das Netzwerk beziehungsweise die Blockchain einstellen zu können muss ein Hash mit bestimmten Eigenschaften erzeugt werden. Das kostet eben sehr viel Arbeit. Das ist die Proof of Work Geschichte und der Miner der den entsprechenden Hash als erster findet erhält eine Belohnung in Form einer festgelegten Menge an Bitcoins. Ich glaube das ist jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt um eine kleine Umfrage dazwischen zu schalten. Genau Herr Della Rubia wir haben eine Umfrage vorbereitet und würden Sie liebe Webinar Teilnehmer gerne noch mal interaktiv in das Webinar einbinden. Die nächste Umfrage lautet und ich würde mich wieder sehr freuen wenn Sie so zahlreich mitmachen wie bei unserer ersten Umfrage die Frage lautet ist Bitcoin Geld und da ist nun Ihre Meinung gefragt dazu werden wir gleich noch im Vortrag kommen ob Bitcoin wirklich als Geld bezeichnet werden kann Sie können auch hier wieder reinklicken und ja nein teilweise wählen und zur Überbrückung während Sie abstimmen hätte ich an Herrn Della Rubia wieder eine Frage aus dem Plenum die vielleicht ganz gut passen könnte ein Webinar Teilnehmer hat gefragt warum denn die Bitcoin überhaupt auf eine bestimmte Anzahl gedeckelt sind warum soll es denn nur 21 nur in Anführungszeichen 21 Millionen Bitcoins geben welchen Grund gibt es dafür ich glaube der Grund liegt darin dass der Satoshi Nakamoto der ja ein anonymer Erfinder ist dessen echter Name auch mir zumindest nicht bekannt ist dass der dieses neue Geldsystem auch in Reaktion auf die Finanzmarktkrise gegründet hat und in der Finanzmarktkrise und in Reaktion auf die Finanzmarktkrise wurde ja haben ja Zentralbanken sehr viel Geld gedruckt ohne limitiert zu sein und ich glaube ein Punkt der auch gerne eben von Vertretern von Fans von Bitcoin immer wieder genannt wird ja seht her hier kann eben kein Schindluder getrieben werden man kann hier nicht diskretionär willkürlich die Geldmenge erhöhen sondern das ist begrenzt und das gibt doch eine Sicherheit dass da immer eine gewisse Werthaltigkeit drin ist so die Argumentation und es ist nicht eine Notwendigkeit dass eine Kryptowährung unbedingt einen limitierten eine limitierte Geldmenge haben muss das ist aber im Protokoll der von Bitcoin so angelegt alle vier Jahre halbiert sich sozusagen die Belohnung die die Miner bekommen die ist ja derzeit sind das 12,5 Bitcoin pro Block anfangs waren das 50 nach 4 Jahren waren es 25 jetzt sind 12,5 und das reduziert sich immer weiter und auf diese Weise werden irgendwann keine neuen Bitcoins geschaffen das ist im Jahr 2140 der Fall und damit ist dann die Grenze auch erreicht wo es keine neuen Bitcoins mehr gibt vielen Plenum nicht nicht ganz sicher ob Bitcoin Geld ist wir werden gleich in ihren Ausführungen hören ob sie denn Bitcoin als Geld bezeichnen würden aber hätten sie die Umfrage das Umfrage Ergebnis so erwartet dass das so ausgeglichen ist oder hätten sie sich eine Antwort bei Nein oder bei Ja eher vorgestellt eine deutlichere Antwort Ja gut es gibt ja einen gewissen Bias sage ich mal unter den Zuhörern insofern als derjenige oder diejenige die Interesse haben an Bitcoin dem vielleicht grundsätzlich etwas positiver gegenüber eingestellt sind insofern hilft das durchaus meine Erwartung dass da eine Mehrheit durchaus eine ja eine fundamentale Nachfrage nach Bitcoin einfach deswegen unterstellen oder annehmen weil es eben tatsächlich als Geld eingesetzt werden kann aber ich möchte das gerne auch noch mal ein bisschen differenzierter gleich beschreiben sodass das noch mal klarer begründet ist Dann sind wir gespannt was Sie dazu zu sagen haben in Ihrem Vortrag und Sie dürfen gerne wieder übernehmen und fortsetzen Ja prima Ja das ist ja eigentlich die eigentliche Fragestellung auch ist Bitcoin Geld oder kann das weg in Anlehnung an Joseph Beuys Geld soll ja so beispielsweise die Bundesbank mehrere Funktionen erfüllen im Prinzip drei Funktionen Geld soll als Zahlungsmittel funktionieren als Recheneinheit dienen und als Wertaufbewahrungsmittel und aus der Sicht eines Bürgers der in einem ja doch sehr modernen Land wie Deutschland lebt wird man wahrscheinlich viele Fragen oder fast alle Fragen mit Nein oder einem eingeschränkten Nein beantworten Zahlungen sind noch relativ kompliziert abgesehen davon dass es nur wenige Stellen gibt die Bitcoin akzeptieren Lieferando ist da immer ein gern genommenes Beispiel aber richtig in der Breite ist es noch nicht der Fall als Wertaufbewahrungsmittel ist es nicht unbedingt zu empfehlen angesichts der großen Wertschwankungen und ich kenne ehrlich gesagt auch noch niemanden der Bitcoin als Recheneinheit nutzt wenn man allerdings einen Perspektiv Wechsel unternimmt dann stellt sich die Angelegenheit schon etwas anders dar und zwar habe ich hier mal die Währung von einigen Schwellenländern abgetragen und zwar ist das die Wertentwicklung der jeweiligen Währung gemessen in US-Dollar über die vergangenen 25 Jahre im Jahr 1993 hat man im Prinzip für 100 Dollar eine Währung gekauft von den Philippinen dem brasilianischen Real oder dem venezolanischen Bolivar und so weiter und schaue dann wie nach 25 Jahren also einer Generation was davon noch übrig bleibt und Sie sehen ein Großteil dieser Währung hat einen Wertverlust von 90 95 oder sogar 100 Prozent erlitten deswegen Perspektiv Wechsel wenn Sie jetzt jemanden aus Venezuela oder Indonesien oder Argentinien fragen ob die heimische Währung ein gutes Wert Aufbewahrungsmittel ist dann werden Sie wahrscheinlich eine andere Antwort bekommen eben als das in Deutschland der Fall ist oder fragen Sie ob der Bolivar die venezolanische Währung eine Zahlungsmittelfunktion erfüllt dort herrscht Inflation von 2000 Prozent und zwar im Monat Bolivar als Recheneinheit eher eine rhetorische Frage Die anderen Länder die hier aufgeführt sind haben ähnliche Episoden erlebt Wenn Sie also Menschen aus diesen Ländern das Angebot machen ihr Vermögen entweder in die lokale Währung oder in Bitcoin aufzubewahren dann werden anders als hierzulande viele Menschen ihr Vermögen tatsächlich in Bitcoin tauschen weil es dort trotz der Wertschwankung vermutlich besser aufgehoben ist als in der heimischen Währung und übrigens auch sicherer als im heimischen Bankensektor Selbst in Griechenland dürfen Sie viele Menschen treffen die diese Alternative wählen denn diese Menschen haben erleben müssen dass sie von einem Tag auf den anderen keinen Zugang mehr zu ihren Bankkonten hatten sie durften nur noch sehr eingeschränkte Mengen an Geld abheben und nur begrenzt Geld ins Ausland überweisen und von daher ist es auch nicht ganz verwunderlich dass zum Beispiel Familien die aus Venezuela fliehen häufig ihr Geld in Bitcoin tauschen um auf diese Weise im Ausland wiederum Zugang zu ihrem Vermögen zu erhalten abgesehen davon dass das für Schwellenländer ein interessantes Medium ist und dort auch tatsächlich Geld Funktionen übernimmt kann man sich vorstellen dass Bitcoin auch hierzulande ein Zahlungsmittel wird das ist sicherlich schwer zu sagen aber versuchen Sie mal sich das Internet als einen eigenen Wirtschaftsraum vorzustellen ein grenzüberschreitender Wirtschaftsraum in dem Menschen ihre Arbeit anbieten und digitale Waren Einkaufen Es ist nicht vollkommen abwegig dass sich hier ein Raum etablieren könnte in dem Menschen mit Bitcoin bezahlt werden und das auch akzeptieren weil sie damit auch gleichzeitig wieder einkaufen können und je größer dieser Wirtschaftsraum wird desto bedeutsamer wird diese transnationale Währung werden so weit sind wir noch nicht und ich kann auch nicht sagen ob und wann es so weit sein wird aber klar ist man muss angesichts des Potenzials dieser neuen Technologie die auch Eingang findet in anderen Blockchain Technologien sozusagen out of the box denken jetzt gibt es einige Fragen die immer wieder auftauchen wenn ich über Bitcoin spreche und zwei davon möchte ich ansprechen und dann gerne das Forum für weitere Fragen eröffnen die eine Frage ist ist Bitcoin durch den hohen Energiebedarf nicht zum Scheitern verurteilt und die andere Frage ist immer wieder werden Bitcoin Börsen gehackt wie passt das zu der Aussage Bitcoin sei sicher vor Angriffen fangen wir mit dem Energiebedarf an da gibt es die erstaunliche Schlagzeile dass im Jahr 2020 der Welt Energiebedarf durch Bitcoin aufgesaugt wird ist natürlich nicht hat eine gewisse Polemik diese Überschrift wenn man mal schaut wie hoch der Energiebedarf ist der weltweite Bitcoin Stromverbrauch dann gibt es sehr unterschiedliche Schätzungen ich habe mal hier eine mitgebracht die aussagt dass der weltweite Bitcoin Stromverbrauch in etwa anderthalb Prozent des Stromverbrauchs der USA das dem entspricht oder wenn man es mit dem Stromverbrauch der Tschechischen Republik vergleicht dann wären es ungefähr 90% man kann es auch in einem anderen Verhältnis sehen weltweiter Stromverbrauch für Bitcoin ist sehr viel aber wenn man es vergleicht mit dem Stromverbrauch der für die Goldförderung jährlich ausgegeben wird oder mit der Produktion von Aluminium dann sieht das auch nicht mehr ganz so groß aus gut Tatsache ist aber dass der Stromverbrauch durch Bitcoin Mining in den letzten Jahren stark zugenommen hat das bedeutsame Niveaus erreicht hat und da muss man vielleicht erstmal verstehen warum denn der Energiebedarf beim Mining Prozess von Jahr zu Jahr höher geworden ist und ob das auch so weiter geht dazu einige Punkte erstens es ist kein Naturgesetz dass der Stromverbrauch für Bitcoin steigen muss ich möchte jetzt nicht zu sehr in die technischen Details einsteigen aber man kann sagen ganz simpel je höher der Bitcoin Preis ist desto größer ist der Anreiz sich als Miner zu betätigen und desto größer ist der Energieverbrauch umgekehrt heißt das allerdings auch dass bei einem Rückgang des Bitcoin Preises das Geschäft für einige Miner wieder unattraktiv wird und insofern der Energiebedarf sich entweder stabilisiert oder sogar zurückgeht das ist der erste Punkt der zweite Punkt ist der hohe Energiebedarf ist letztendlich der Preis dafür dass das Netzwerk so sicher ist und keine Attacke auf die Blockchain in den vergangenen neun Jahren also seit dem Bestehen von Bitcoin erfolgreich war drittens angenommen der Preis für Bitcoin würde weiter steigen dann sollte das Ergebnis dann sollte das insbesondere das Ergebnis logisch einer verstärkten Nachfrage nach Bitcoin Transaktion sein so jetzt kommt ein Punkt den wir vorhin auch schon angesprochen haben die Zahl der Bitcoin Transaktion die man gemäß Bitcoin Regelwerk durchführen kann ist begrenzt ein Block mit 1000 bis 2500 Transaktionen kann nur innerhalb von 10 Minuten gelöst werden schon jetzt ist die Blockchain am Limit das heißt es bauen sich immer wieder Staus von Transaktionen auf so wie das beispielsweise Ende 2017 der Fall war so und aus diesem Problem gibt es mehrere Auswege die zu einer Stabilisierung des Strombedarfs führen sollten erstens sieht Bitcoin auch Transaktionskosten vor und die werden in diesem Fall wo es also einen Stau gibt steigen bis sich der Stau wieder aufgelöst hat und damit wird also auch die Nachfrage nach Bitcoin Transaktion wieder sinken wenn die Transaktionskosten sehr hoch sind damit sollte auch der Bitcoin Preis wieder sinken was auch den Energiebedarf stabilisieren sollte beziehungsweise senken sollte Zweitens gibt es unter dem Stichwort Skalierbarkeit das ist auch was wir vorhin angesprochen haben Transaktionen die Möglichkeit Transaktionen außerhalb der Blockchain durchzuführen auch diese Transaktionen die außerhalb der Blockchain durchgeführt werden erfordern deutlich weniger Energie als die Transaktionen die innerhalb der Blockchain durchgeführt werden das heißt wenn diese Technologie sich durchsetzen sollte dann ist der Energiebedarf auch eher stabilisiert und drittens kann man sich vielleicht auch vorstellen das ist auch eine Möglichkeit dass in Zukunft nur noch größere Transaktionen über die Bitcoin Blockchain abgewickelt werden und kleinere Transaktionen also die Masse der Transaktionen vielleicht sogar herausfallen also beispielsweise der Kunsthändler wird in Zukunft vielleicht seine Gemälde gegen Bitcoin verkaufen aber im Online Einzelhandel wird sich Bitcoin bei Beträgen unter 50 Euro vielleicht nicht durchsetzen in diesem Fall würde sich die Zahl der Transaktionen auf einem Niveau einpendeln das auch in Zukunft handhabbar erscheint und der Stromkonsum würde sich entsprechend stabilisieren so die Frage ist warum sollte das so sein warum sollte das so kommen gut die Transaktionskosten haben eine Besonderheit sie orientieren sich nicht an dem Bitcoin Betrag sondern sie orientieren sich an der Datenmenge die mit den eingespeisten Transaktionen verbunden ist und insofern kann es also gut sein dass die Datenmenge die bei einer Beweisung von 100 Bitcoin mit Transaktionskosten belegt wird dass diese Datenmenge vielleicht sogar kleiner ist als eine Transaktion mit zwei Bitcoin die aus ganz vielen kleinen Spendensammlung beispielsweise sich zusammensetzt und daher eine größere Datenmenge in sich wirkt kurz größere Beträge werden relativ geringer belastet und das führt dann dazu dass größere Transaktionen sich vielleicht in Zukunft eher durchsetzen in Bitcoin Transaktionen was dann entsprechend auch den Strombedarf stabilisiert das also zu der Frage kommen wir zu der zweiten Frage immer wieder hört man dass das Bitcoin Börsen gehackt werden und gleichzeitig wird auch immer gesagt dass die Bitcoin Blockchain so sicher ist da gibt es verschiedene Meldungen immer wieder gibt es da etwas die kurze Antwort auf diese Frage ist im Prinzip eine Analogie wenn Sie einen fälschungssicheren Geldschein haben dann ist dieser davor geschützt dass er gefälscht wird aber er ist nicht davor geschützt geklaut zu werden übertragen auf Bitcoin heißt das dass die Bitcoin Börsen die die Bitcoin für den Kunden verwahren dass die offensichtlich nicht immer ausreichend gegen Hacker geschützt sind das hat aber nichts mit der Bitcoin Blockchain zu tun wenn Sie sich davor schützen möchten dann müssen Sie die Bitcoin die Sie bei einer Börse halten auf Ihr privates Wallet überweisen das Sie beispielsweise auf dem Smartphone haben wenn Ihnen das noch nicht sicher genug ist und bei den Wallets gibt es in der Tat auch unterschiedliche Sicherheitsniveaus dann können Sie die Bitcoin auf ein sogenanntes Code Wallet übertragen das ist ein Datenträger der nicht mit dem Internet verbunden ist das ist entweder eine Festplatte auf einem Computer der nicht mit dem Internet verbunden ist oder kann auch sogar ein Stück Papier sein wo Sie die privaten Schlüssel eintragen Soweit zu diesen beiden Fragen Herr Gender wir haben jetzt noch eine letzte Umfrage Genau wir haben noch eine letzte Umfrage vorbereitet liebe Webinar Teilnehmer und auch da möchte ich Sie noch mal bitten Ihren Finger zu bewegen und Ihnen auf den Maus zeige oder beziehungsweise Ihren Finger auf die Maus zu bewegen und zu klicken die Frage ist wird es Bitcoin in 20 Jahren noch geben wir haben von Herrn Della Rubia nun verschiedene Ausführungen gehört über die technische Seite und auch die Seite ob Bitcoin denn als Geld bezeichnet werden kann oder wie Bitcoin im Vergleich zu echten Währungen dasteht Sie haben die Ausführung gehört und nun wollen wir mit dieser Frage noch einen Blick in die Zukunft werfen und ich würde oder wir würden sehr gerne erfahren wie Sie darüber denken gibt es Bitcoin noch in 20 Jahren ja nein oder vielleicht haben Sie dazu keine Meinung dann klicken Sie die dritte Antwort weiß ich nicht und die Umfrage steht relativ lang schon ich gebe Ihnen noch 3 2 1 Sekunden und schließe nun die Umfrage das Ergebnis übertrage direkt an Sie alle zwei Drittel unserer Webinar Teilnehmer glauben dass es den Bitcoin in 20 Jahren noch geben wird das ist doch eigentlich Herr de la Rubia direkt der Hinweis darauf wenn die Menschen daran glauben dass es den Bitcoin in 20 Jahren noch geben wird dass man jetzt eigentlich noch einsteigen sollte und sein Geld in Bitcoin investieren sollte oder sehe ich das falsch Sie erinnern ja den ersten Chart oder einer der ersten Charts wo Nasdaq und Bitcoin Chart aufgezeichnet wurde und Sie haben da auch gesehen dass da viel Luft nach unten ist ist nur die Frage in welchen Zeiträumen man überlegt es kann es kann durchaus auch sein dass wir in 20 Jahren Bitcoin weiterhin haben aber eben das Ganze bei 2000 oder 500 Dollar notiert nichtsdestotrotz wird es als Geld verwendet und hat sich über diese Zeit gehalten also da ist es schwer wirklich daraus Preisschlussfolgerung zu ziehen gut vielen Dank für Ihre Antwort oder Ihre Einschätzung dazu Entschuldigung ich blende die Umfrage gerade aus dann können Sie gerne noch Ihren Vortrag zu Ende machen oder noch was hinzufügen Herr wir bislang gesehen haben und zwar hat der Chef die Idee wir sollten mal eine Blockchain bauen und sein Mitarbeiter oh Gott jetzt kommt dieser Chef wieder mit meinen Chef wieder mit diesen wilden Ideen wahrscheinlich hat er gar keine Ahnung was deine Blockchain überhaupt ist lass mal testen Chef welche Farbe soll die Blockchain denn haben Chef überlegt kurz Pink das würde richtig was her machen ja das ist also ja so kann es durchaus manchmal laufen so kann es manchmal sein wichtig auch noch den Disclaimer dass ich hier nicht in Haftung genommen werden kann sozusagen und ansonsten möchte das Plenum noch gerne öffnen für Fragen so dass Sie da noch andere Fragen vielleicht noch loswerden können genau Herr della Rubia wir haben wirklich viele Fragen bekommen von unseren Zuschauern und ich habe versucht einen kleinen Querschnitt auszuwählen falls Ihre Frage jetzt nicht dran kommt liebe Webinar Teilnehmer dann setzen Sie sich doch bitte direkt mit der HSH Nordbank oder Herrn della Rubia in Verbindung die Kontaktdaten werden Sie wie immer im Nachgang des Webinars erhalten per Mail und steigen wir nun mal in die Fragerunde ein wir waren sehr technisch am Anfang natürlich würde ich Sie auch gerne gleich noch nach der Zukunft für ein Investment beim Bitcoin fragen aber kommen wir erst noch mal kurz zur Technik die Blöcke die sie uns vorgestellt haben mehrere Webinar Teilnehmer gefragt wo sind die denn gespeichert gibt es da große Server oder sind die auf den Rechnern der einzelnen Miner gespeichert oder wie muss man sich das vorstellen Herr die gesamte Blockchain oder sagen wir so jeder Miner hat eine komplette Blockchain auf seinem Server gespeichert und auch wenn ich nicht Miner bin kann ich theoretisch und viele machen es auch praktisch einen ausreichend wenn ich eine ausreichend große Festplatte habe auch die gesamte Blockchain da herunter laden ohne dass ich Minen muss ohne dass ich wirklich Geld Bitcoins schürfen muss sowohl Miner als auch andere Blockchain Teilnehmer haben diese gesamte Blockchain auf ihrem Server und gleichzeitig gibt es auch viele Blockchain Teilnehmer die nur eine verschlankte Version dieser Blockchain auf ihrem Server haben und weiter ist es so dass ich als Wallet Besitzer beispielsweise nicht dazu verpflichtet bin diese Blockchain tatsächlich auch zu speichern sondern ich kann da auch einfach sagen okay mir genügt das dass da ein Netzwerk da ist das diese Transaktion überprüft auf meinem Smartphone würde das auch gar nicht raufpassen ich bin damit zufrieden dass einfach die Verbindung zu diesen Knotenpunkten hergestellt wird und dass darüber dann abgesichert ist wir haben die berechtigte Frage wie es nochmal beziehungsweise was es nochmal mit den 21 Millionen Bitcoins auf sich hat das haben sie gesagt ist die oberste Grenze mehr werden nicht produziert jetzt die Frage warum ist das so hatten wir schon beantwortet kann es aber sein vielleicht dass diese Bitcoins nicht bis zum Jahr 2140 reichen weil vielleicht irgendein reicher Mensch kommt und gleich mal 15 Millionen dieser Bitcoins kauft ist das möglich oder gibt es ein Limit für jede einzelne Transaktion grundsätzlich gibt es kein Limit für einzelne Transaktion man muss sich nur fragen was ein einzelner Investor der hier eine Monopolstellung sozusagen aufbauen will davon hätte dieses diese Bitcoin alle zu akquirieren weil in diesem Fall also erstmal müssten andere Marktteilnehmer auch bereit sein diese entsprechend zu verkaufen aber nehmen wir mal an das sei theoretisch der Fall dann verliert ja die Währung letztendlich ihren Wert weil niemand mehr damit Transaktionen durchführen kann damit schafft er ja seine eigene Vermögens Vernichtung sozusagen oder schafft den Grundstein für seine eigene Vermögens Vernichtung insofern ist das glaube ich nicht ein Szenario was tatsächlich realistisch ist okay dann haben wir eine weitere Frage auch wieder technischer Natur was passiert wenn das Mining gestoppt wird aus welchem Grund auch immer und ist das überhaupt möglich also das Mining kann in einzelnen Ländern durchaus gestoppt werden das kann ja der Staat kann ja durchgreifen wenn er Kontrolle darüber hat und das Mining verbieten das wird in einigen Ländern auch versucht und man kann das ja an dem Stromverbrauch auch ablesen wenn der besonders stark ist und da keine echte Produktionsstätte von realen Gütern sozusagen da ist dann ist das ein Hinweis darauf dass dort gemeint wird dass das Ding ist dass es ja ein Netzwerk ein globales Netzwerk gibt das heißt die Server und die Miner stehen in China was erstmal ein sehr großes Land für sich gesehen ist in Australien in Brasilien in den USA das heißt selbst wenn einige Miner abgeschaltet werden dann heißt das nicht dass dadurch das Mining insgesamt verschwindet da müsste eine UNO Vollversammlung müsste sozusagen das beschließen und dann auch jedes Land müsste es auch durchsetzen und das ist eben kaum denkbar Wir wollen nochmal etwas in Ihre Branche schauen nämlich wie ist denn die Bedeutung für Banken die Kryptowährung welche Bedeutung haben Kryptowährungen oder Bitcoin im Speziellen für Banken Ich glaube Bitcoin im Speziellen also aktuell hat glaube ich Bitcoin im Speziellen für Banken noch keine große Auswirkungen Es ist noch nicht in dem Stadion dass es wirklich ein Massenzahlungsmittel wäre Es gibt allerdings andere Technologien die in einigen Jahren interessanter werden könnten Das ist insbesondere die Ethereum Blockchain wo die deutlich komplizierter als die Bitcoin Blockchain ist allerdings auch gleichzeitig wesentlich vielfältigere Möglichkeiten bietet sei es dass über Smart Contracts Versicherungsverträge abgeschlossen werden können sei es dass Wertpapiertransaktionen auf dieser Blockchain gespeichert werden können und auch durchgeführt werden können das ist glaube ich eher dann das Thema für den Finanzsektor dass er entweder sich diese Blockchain auch zunutze machen kann um bestimmte Prozesse effizienter zu gestalten gleichzeitig auch vor Augen haben muss dass es durchaus Transaktionen in der Zukunft über die Blockchain geben wird die bestimmte Dienstleistungen im Bankensektor einem starken Wettbewerb aussetzen Herr Ketter sind Sie noch da entschuldigen Sie bitte ich hatte mich kurz auf stumm geschaltet damit mein Tippen über die Tastatur nicht die Webinar Teilnehmer nervt aber jetzt kommen wir direkt zur nächsten Frage die dreht sich um Altcoins also Alternative Kryptowährungen Sie haben Ethereum gerade angesprochen und jetzt wäre natürlich die Frage ob nicht eher Altcoins sich gegenüber Bitcoin durchsetzen würden speziell wird aus dem Plenum nach Ripple gefragt was sagen Sie denn dazu wie ist da Ihre Einschätzung für die Zukunft kann man das überhaupt einschätzen sagen also speziell also vorweg geschickt ich habe mich jetzt mit Ripple nicht besonders intensiv auseinander gesetzt was mir bekannt ist dass Ripple etwas anders aufgebaut ist als die klassische Kryptowährung insofern als sämtliche Ripple auf einen Schlag emittiert wurden und im Besitz der Betreiber des Ripple Zahlungssystems ist und das System dort läuft nicht so dass sozusagen neue Ripple gemeint werden also geschürft werden sondern also Ripple soll im Prinzip ein Katalysator sein oder ein Medium sein um normales Geld von A nach B zu transferieren das soll dann mit einem Netzwerk von angeschlossenen Banken passieren das heißt die Blockchain bei Ripple besteht im Prinzip aus bestimmten Finanzinstituten die sich diesem System anschließen und belohnt werden die angeschlossenen Banken mit Ripple für jede Transaktion die sie durchführen bekommen sie Ripple zugewiesen und diese Ripple haben am Markt einen bestimmten Wert und insofern muss dieses Geschäftsmodell glaube ich sehr stark ja man muss einfach schauen wie nachhaltig das Geschäftsmodell per se ist aber das hat mit Kryptowährung im klassischen Sinne so wie das Bitcoin ist nicht so viel zu tun sondern diese Ripple sind im Prinzip ja eine Wette darauf dass dieses Geschäftsmodell der reibungslosen Überweisung und schnelleren Überweisung über so ein Blockchain Netz von Banken dass das funktioniert und dass das die klassischen Zahlungssysteme in Zukunft nicht unbedingt ablöst aber doch den Marktanteil wegnimmt ja Herr Herr Dela Rubia auch vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage wir sind schon nach 19 Uhr wir haben schon nach 19 Uhr aber eine ganz entscheidende Frage glaube ich darauf warten viele in unserem Plenum möchte ich Ihnen dann doch noch zum Abschluss stellen ich weiß nicht ob Sie diese beantworten können und wollen es ist natürlich auch schwer in die Zukunft zu sehen dennoch die Frage wie schätzen Sie die weitere Kursentwicklung von Bitcoin ein würden Sie jetzt Bitcoin kaufen ja oder nein so einfach machen sie es mir also man kann sich das ganze charttechnisch anschauen ich finde nicht dass es da besonders gut aussieht man kann sich das ganze fundamental anschauen die Technik dahinter da glaube ich dass es eine fundamentale Nachfrage gibt ich glaube dass es wichtig ist dass man die technischen Entwicklungen die dort passieren auch weiter verfolgt und wenn beispielsweise sich dieser diese Lightning Technologie also diese Off Blockchain Transaktion durchsetzen sollten sodass also die Skalierbarkeit von Blockchain von Bitcoin gelöst beziehungsweise entspannter gesehen werden kann dann könnte Bitcoin wieder auch stärkeren Zulauf erhalten nachhaltigeren Zulauf erhalten und dann würde sich das vermutlich auch in höheren Preisen nochmal niederschlagen aber man ist auch tatsächlich auf einer Suche nach einem Preis und wo der Gleichgewichtspreis tatsächlich liegt das hängt eben tatsächlich auch davon ab wie sich das ganze technologisch auch weiterentwickelt insofern kann ich Ihnen keine eindeutige Antwort geben es sind aber die Sachen auf die man praktisch achten muss insofern muss man da auch technologisch sage ich mal ein bisschen am Ball bleiben um dann den richtigen Einstiegszeitpunkt vielleicht auch zu finden vielen Dank Herr Della Rubia mit einer solch ausführlichen Antwort hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet vielen Dank für die Beantwortung dieser letzten Frage und ich muss ganz ehrlich sagen vor allem der Vergleich mit den Währungen verschiedener Länder hat mir doch ein bisschen die Augen geöffnet ich sehe jetzt Bitcoin schon in einem anderen Licht ich weiß nicht ob das Ihnen genauso geht liebe Webinar Teilnehmer aber das war schon sehr spannend was Sie vorgetragen haben Herr Della Rubia vielen Dank bevor wir zu Ihrem Schlusswort kommen möchte ich zunächst Sie verehrte Zuschauer noch darauf hinweisen dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können einen entsprechenden Artikel mit der Aufzeichnung gibt es wie immer im Nachgang dieser Veranstaltung auf der Startseite von finanzen.net den Link bekommen Sie aber auch in einer E-Mail zugeschickt und Herr Della Rubia ich danke wie gesagt sehr für Ihre Zeit für Ihre Ausführung ich habe wieder sehr viel dazugelernt wie gesagt und jetzt hätte ich von Ihnen gerne noch ein kurzes Fazit gibt es etwas das Sie unseren Zuschauern bezüglich Kryptowährung noch mit auf den Weg geben wollen ja es gibt eine Sache und zwar glaube ich dass man tatsächlich sich die Mühe machen muss in die wenn man wenn man in Kryptowährung anlegt dass man sich die Mühe machen muss die Technik hinter diesen Kryptowährungen die auch teilweise auch sehr unterschiedlich ist zu verstehen und es gibt einen ganz wichtigen Punkt um nicht auf Betrugsfälle hineinzufallen das ist einfach wenn eine Kryptowährung einem eine bestimmte Rendite garantiert dann garantiere ich Ihnen dass da irgendwas faul ist und das ist glaube ich ganz wichtig dass man das vor Augen hat und nicht auf darauf reinfällt dass einige auf diesen Zug sozusagen aufspringen wollen und sich auch technische Unkenntnis von einigen Anlegern auch zunutze machen insgesamt möchte ich mich bei allen Zuhörern bedanken hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal Vielen Dank Herr Della Rubia mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht Sie waren mal wieder ein toller Gast und ich freue mich bereits dass wir uns bald an Ort und Stelle wieder treffen ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und nun natürlich noch einen schönen Abend und auch bei Ihnen verehrte Zuschauer möchte ich bleiben Sie uns gewogen ein bis zum bis zum Vielen Dank.